Hallo Leute, heute ist Valentinstag. Und was macht man an diesem Tag? Flirten natürlich. In der Theorie hört sich Flirten ganz einfach an. Doch in der Praxis ist das für viele oft gar nicht so einfach, denn wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Deshalb bekommt ihr von uns heute ein paar Sprüche zum Flirten auf Deutsch. Kann ich mich hier hinsetzen? Oder darf ich dir ein Getränk ausgeben? Sind beliebte Sprüche bei Männern. Bist du oft hier? Und was machst du beruflich? Ist eher bei Frauen beliebt. Du kommst mir bekannt vor. Und du hast so schöne Augen. Diese Sprüche passen für Männer und für Frauen. Ich habe meine Handynummer verloren. Kann ich deine haben? Ist im Moment bei jungen Leuten sehr beliebt. Für eine Party geeignet sind folgende Sprüche. Willst du tanzen? Möchtest du kurz rausgehen? Willst du auf eine andere Party gehen? Und wenn man sich dann schon ein bisschen näher gekommen ist, könnte passen, lass uns losgehen. Zu mir oder zu dir? Möchtest du? Willst du bei mir einen Film schauen? Hast du heute Abend was vor? Für die Arbeit eignen sich folgende Sprüche. Würdest du mit mir mal Mittagessen oder Abendessen gehen? Würdest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Die folgenden Sprüche signalisieren schon ein größeres Interesse. Kann ich dich nach Hause begleiten? Wenn man natürlich mit dem Cabrio unterwegs ist. Kann ich dich nach Hause fahren? Würdest du dich gern noch einmal mit mir treffen? Und bei der Ankunft am Ziel? Danke für den schönen Abend. Gute Nacht. Möchtest du noch auf einen Kaffee hereinkommen? Und jetzt habt ihr sicher alle Herzen gewonnen. Noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe zum Valentinstag. Und alles Liebe zum Valentinstag. Musik 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 Musik